Ho 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 ho. Liebe Leute, wie ihr vielleicht unschwer an meiner Mütze erkennen könnt, ist es bald wieder soweit. Weihnachten steht vor der Tür. Das Fest der Liebe, der Plätzchen und der Geschenke. Leider haben nicht alle Kinder da draußen die Möglichkeit, Weihnachten so zu feiern, wie wir es tun. Und deswegen finde ich, sollte es unsere Pflicht sein, ein bisschen Nächstenliebe zu zeigen und was abzugeben. Das Santa-Schuhbox-Projekt in Kapstadt unterstützt Kinder in Südafrika. Macht mit, nehmt euch einen Trickkarton, packt ein paar nützliche Sachen rein. Hier zum Beispiel Stifte, aber weil einem Stifter auch nicht viel oder lange was bringt, packt auch noch einen Spitzer dazu. Natürlich dürfen Spekulatius-Kekse auch nicht fehlen. Ja, ein paar nützliche Sachen, aber auch Spielsachen, die habt ihr mir mal geschenkt bei einem Meet & Greet Lego. Sorry, ich bin schon alt genug, ja. Noch ein paar Kekse, Duschgel, da bin ich sogar drauf. Ja, und hier noch ein Lego. Packt den Karton zu, checkt den Link hier ab, ist auch mal in der Beschreibung. Und ja, nehmt den Karton und checkt den einfach ab. Dann könnt ihr Kinder da draußen an Weihnachten ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Und ich glaube, das ist ziemlich cool. Wir haben die Möglichkeit dazu, also lasst uns die nutzen. Links abchecken, frohe Weihnachten euch.